Beiber. Ja, ist Bedeau, ne? Ja. Hier ist Kerl. Oh! Vielleicht war der Duft? Nö, der ist auch... Sehr gut! Lach einer der Rassenkauf, ne? Ist doch schein egal, dass du da dann Zeitkopf bist. Boah! Ne, stimmt. Heinz guckt immer nur noch der Zeit. Das stimmt. Können wir mal mit reinrichten, da sind aber auch keine fünf Meter. Du, 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 du! Vor, 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 vor! Hier! Aber null! Aber jetzt! Lach! Ja! Jetzt machen wir mal endlich wieder ein Nuller!